Junge, wie gehst du denn hier mit unserem Hab und Jude um? Wer ist denn hier mit dem Video denn? Du musst auch noch zurückbringen. Zu. Wo jetzt läuft? Hey, what happened? What happened? Das ist nicht dein Ernst. Super, ob du entfangen kannst. Loh, ey, ist der geil. Mach mal zurück. Ich weiß noch, wer es erst fallen lässt. Oh, ist der kackt. Ist ja cool. Oh, hast du eins gemacht? Oh, ich hab einen Baum senkrecht durch die Gegend gefahren. Oh. Jiiiihuu. Schöne Auspuffaste von oben drauf. Der Jump and Run Master. Oder auch nicht. Ich hab ihn in der Welt. Alter, und hast du zu. Hier. Guck. Hehehe, der will ja einfach nicht. Haha. Übel riesig. Da war ja nicht noch über dir stand, deswegen. Jetzt bist du weggegangen, oder? I am Jesus. Alter, hier gibt es so übelst geile Düngerbehälter, die sehen übelst stylisch aus. Güllefässer. Ja, hilf mich mal hoch. Ja, ja, genau so wird das mal. Geil. Vielleicht nicht so aus. Keine Ahnung. Es gibt nur ein kaltes Buffet und kein warmes. Ey, lass die Hühner in Ruhe. Die lässt sich voll sowieso nichts beeinflussen. Sweet home Alabama. Jetzt muss ich das Radio mal lauter machen. Die Hühner in Ruhe. Haha. Hä. 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 Ähm. Ähm. Was war mein